Guten Abend, meine Damen und Herren, liebster Dieter, wir lieben dich sehr. Wir haben diesen Film ausgewählt, weil er das starke Porträt eines jungen Mannes ist, der mit den Widersprüchen in sich selbst kämpft. Der Filmemacher ist eine vielversprechende neue Stimme in der Welt des Films mit einem nuancierten Blick auf die Komplexität der europäischen Identität. So, the winner for the Best First Feature Award goes to director Mehmet Akif Bouyukatala And it produces Bastian Klugel and Klaus Reischel for the film Orey from Germany. Das sind Allas Gesetze. Was für Gesetz ist mir scheißegal, schwachsinn. Ja, schwachsinn. Oray, die hat was anderes erfolgt. Neymiş? Yani? Ne yaniyse, kendi aramızda hallederiz. Senin gibi değil. Wir gehen, man. Kendimiz, oray, sen ve ben, tamam mı? Allah kafa vermiş, göz vermiş, kulak vermiş. Nasıl burcu? Congratulations Mehmet Akif Bouyukatala, Bastian Klüder und Klaus Reischel, the producers. Thank you. Come here. 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 Ich danke allen, die an den Film geglaubt haben, die nur an den Film glauben, die an das Kino glauben. Und wir haben an den Film, an das Kino geglaubt wie sonst nichts. Jetzt sind wir hier im Tempel. Es ist schön, es ist blendend, es ist unglaublich, da wo ich vor sechs Jahren am roten Teppich stand und gewunken habe, jetzt bin ich hier. Und ja, diese Tempeln sind sehr schön, aber die müssen noch ab und zerstört werden, neu aufgebaut werden. Nur der Glaube an das Kino, dass wir die überleben. Ich danke euch allen herzlich. Vor zehn Tagen saßen wir in unserem Büro und wir haben in unserem Büro gerade keine Heizung. Vielleicht werden wir also ein wenig von unserem Preisgeld dafür verwenden, die Heizung wieder zum Laufen zu bringen. Und die Filme danach sind dann vielleicht auch ein wenig wärmer als diese. Vielen Dank an die Jury. Wir sind vollständig überwältigt. Vielen Dank an unsere Eltern, an viele, viele Freunde und Freundinnen, die diesen Film unterstützt haben und die auch uns seit so langer Zeit unterstützt haben. Vielen Dank an das Team, an die Darsteller und Darstellerinnen. Ja, und vielen Dank auch an Christian Klos vom ZDF, das kleine Fernsehspiel, auch vielen Dank an die Kunsthochschule für Medien in Köln und unseren weiteren Kooperationspartnern. Vielen Dank an die Medienförderstiftung und wir sollten versuchen immer neugierig zu bleiben. Ich glaube, dass die Kultur immer dann gesund ist, wenn wir neugierig bleiben. Und ich danke meiner Familie Büger-Trei aus Hagen und meiner engen Künstler-Kunstfamilie aus Köln. Dankeschön. Danke. 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 Danke.